So war das nicht gemeint. Ist das jetzt schon so weit, ja? Dass du diese Scheiße hörst? Woher willst du wissen, dass das Scheiße ist? Hast du schon gehört? Nein. So etwas nennt man Vorurteil. Warum machst du das? Um mir eins auszuwischen? Es geht nicht immer nur um dich. Es geht nicht immer nur um dich. Es geht nicht immer nur um dich.